Hallo, jetzt spricht der Feuerwehr Willi heute zu dir und weiß, was ich bei dir richtig geil finde, richtig geil, dass du für andere da bist. Du lagerst nicht nur, du redest nicht nur, du bist wirklich so ein geiler Typ und wenn irgendwo eine Feier ist, die tollste Feier, die man bestimmt nicht wiederholen kann, gehst du los und was machst du? Du hilfst anderen und nicht nur ein bisschen, manchmal sogar ganz toll. Ich will nicht sagen, dass du dabei dein Leben riskierst, aber deine Freizeit auf alle Fälle und das finde ich so geil von dir, echt. Und dafür wollte ich immer Danke sagen, genau wie die anderen auch, für die es vielleicht manchmal ein bisschen selbstverständlich ist. Für mich nicht, mein Freund und ich finde das richtig, was du machst. Denn die Feuerwehr oder der THW oder der Rettungsdienst und wer da alles aktiv ist, ehrenamtlich, okay, die sind verdammt cool. Die sind nicht nur zum Einsatz da und retten wahrscheinlich irgendein Menschenleben oder so, die sind nur noch top ausgebildet und das kommt dir nicht in den Schoß geflogen. Das ist harte Arbeit, mein Freund. Und das machst du mega geil. Du bist nämlich richtig top ausgebildet. Du hast ein gutes Gewissen, wenn du zum Einsatz gehst und dir ist es total egal, was andere denken. Zeit hast du auch nicht über, aber du investierst die Zeit, die du hast, richtig. Nicht mit irgendwelchen Kram, der verpufft, irgendwelche Spielchen am PC oder was weiß ich. Nein, du bist für andere da. Du bist gesellschaftsfähig. Und das finde ich so geil von dir. Richtig geil. Dich mag ich richtig toll. Du bist mein Freund. Super. Du bist mein Freund. Super.